Geh weg! Niemals! Du Geier! Wo bist du? Du Geier! Du Geier! Bist du der Mike? Peng! Ich hab's getroffen! Okay! So wir spielen mit Bots und wir warten nicht auf Spieler! No! Genau! Wir starten now! Und diesmal werde ich dich töten wenn ich dich sehe! Keine Gnade! Ja 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 ja! Hab man ja eben gesehen ne? Bloß schade dass man deinen Namen nicht im Spiel dann sieht! Damit ich weiß dass ich dich getötet hab! Naja du siehst es ja unten an der Anzeige wen du getötet hast! Ja genau das seh ich dann aber während ich auf dich schieße seh es ja nicht wer du bist! Ne das nicht! Wir gehen mal in unsere Hubschrauber ne? Jaa ich guck aus meinen in deinen! Ich hab dich im Blick! Ich hab dich im Blick! Tschüss! Tschüss! So Leute! Jetzt kann er mich nicht mehr hören! Ja ja ja! Aha! Da drüben fliegt er schon! Ja er guckt aus seinem Fenster! Kann ihn sehen! Der Geier! Jetzt müsste gleich die Luke aufgehen! Wir werden gucken wo er landet! Ich glaube er hat die gleiche Taktik! Da gehts hier schon auf! Und so! Er springt ab! Er ist auf der Rampe! Er springt ganz da hinten ab! Das heißt ich bleib jetzt mal hier irgendwoher! Jetzt ist er rausgesprungen! Ok er springt auf die Insel rüber! Dann bleib ich auf der Insel hier! Absprung! Ok da randet ein Botch! Jetzt sind er direkt über mir! Ja Leute! Leider spielen wir jetzt ja gerade nur mit Bots! Ist immer sehr schwer zeitlich das dann so zu treffen dass dann alle Leute hier am zocken sind! Und ich darf auch nicht so viel reden weil sonst verrate ich mich weil der Mike der hört mich! Aber Leute schaut das nicht sehr sehr cool aus! Das schaut schon richtig gut aus! Der gegen Bot! So! Dann fliegen wir hier direkt rein! Oha! Und rüsten uns hier gleich mal aus! Pistol können wir uns hier oben ablegen! Ja schon Scope! So ein Visier! Wunderbar! Und laden! Die nehmen wir uns auch gleich mal zur Sicherheit mit! Nein! Komm hier! Diese Bots machen ja auch was wir wollen! Der linke Platz! Den muss man genau treffen! Zum Ablegen! Jetzt hat's funktioniert! Ok! Concentration! Ich hab da vorne im Bot gesehen! Ich hab doch mal irgendwo die Anzeige! Wie viel Schuss ich hier hab! Bei dem Mike reden! Kann ihn aber nicht ordnen der See auf der anderen Insel! Aha! Aha! Böser! Aha! Du Geier! Wo bist du? Ich seh dich! Wie er sich versteckt! Die Ratte! Aua! Du bist doch auf die andere Insel gesprungen! Geflogen! Nee! Aua! Ich wurde von noch irgendjemandem angeschossen! Ich hab dich! Scheiße! Da sind noch mehr Bots! Rechts von... Links von dir! Die haben auch auf mich geschossen! Links von mir! Also... Also jetzt rechts! Auf der Brücke! Ja genau! Nein! Andere Seite! Anderes links! Ah! Da hinten seh ich einen! Ja das andere links! So ich geh mal in den Geistermodus hier und verfolge mal den Dorian! Folge mir unauffällig! Ja ja! Ich schrei dich gleich an! Da ist er! Siehst du den? Na schieß ihn ab! Oh! Mal auf Einzelschuss umstellen! Kann man hier schön sehen! Da! Oh! Da ist er! Er läuft immer schön hin und her! Komm schon! Ich treff ihn nicht! Der läuft zu schnell da hin und her! Der ganzer Bruder! Da! Rechts von dir! Wo ist er denn? Da! Was macht denn der Bot? Also die Bots sind noch nicht so clever hier! Aber wir hoffen ja! Auf viele echte Spieler! Jawohl! Hab ihn! Zwei Schuss noch! Ich lade mal nach! Den Brigo! Den Brigo gekillt! Eiskalt umgebracht! Mike! Ich kann dich nicht hören man! Wo bist denn du? Flieg doch mal zu mir! Ja! Flieg doch! Ich bin die ganze Zeit hinter dir! Du hörst mich nur wenn du in der Nähe meiner Leiche bist! So! Wir sind mitten in der Zone! Das schaut gut aus! Hier sehen wir unser Leben! Und das schaut nicht gut aus! Ich brauche unbedingt einen Apfel! Schauen wir mal da schnell in das Haus rein! Ein Apfel! Ein Apfel! You're at here! Oh nice! Da kann man Werbung machen! Wir stoppen! Ich brauche einen Apfel! Wir stoppen! Hier ist kein Apfel! Oh aber da ist ein gutes Visier! Komm her! Ja! Ich erreiche es aber nicht! Oh jetzt habe ich es! Nice! Das nehmen wir uns mal mit! Wir haben hier nämlich schön den Rucksack! Und da können wir uns dann das Scope auswählen! Und dann an diese Waffe hier hinmachen! So! Wo habe ich jetzt meine andere Waffe hingeschmissen? Wo ist meine andere Waffe? Ich habe sie weggeschmissen! Okay dann nehmen wir die Waffe her! Hinten auf deinem Rücken! Da ist ein Apfel! Apfel essen! Sehr schön! Wieder voll geheilt! Ah nee da ist sie ja! Okay! Applaus! Er hat sie gefunden! Applaus! So! Ja Leute! Wir können natürlich auch hier überall hochklettern! Das ist richtig nice! Einfach mal hier aufs Dach klettern! Schaut mal gut aus! Man kann aber von oben Auge machen! So! Wo ist die Zone? Ich bin immer noch mitten in der Zone! Das ist sehr sehr geil! Ich klettere mal auf das große Haus hier! Kack Junge! Alles geil! Das Maul gekriegt! Und auch von hier! WALDER MAN! WALDER MAN! Ich habe schon geguckt wie du verkackt hast seine Waffe hinten aufzuheben! Ja ja! Alles hast du gesehen! Ich höre dich jetzt ganz genau! Alles! Ja ich weiß! Du Arsch hast mich da umgebracht! Ich hab dich da umgebracht! Nice Carl! Eigentlich hätte ich dich leben lassen sollen aber ich hatte ja Angst dass du mich umbringst! Ich hätte dich auch umgebracht! Ja ich weiß! Was? So wo sind die blöden Bots? Ah die KI ist halt echt noch nicht so blöd! Da unten ist einer! Die werden immer... Die werden immer... Die werden immer straight hin und her da! Und? Und? Aber was schießt der? Da hat jetzt jemand anders getötet! Was zum Teufel hat der geschossen? Ich geh mal ein bisschen am Strand spazieren! Wir werden zu heraus wenn noch wen der geschossen hat! Ich hab nämlich keinen gesehen! Wer hat den getötet? Ach da! LOL! Noch jemand? Nö! Da! Den hab ich gar nicht gesehen! Dunkel auf dunkel! Gute Tage! Mal wieder auf die Straße hoch! Der Spectator Modus ist aber so geil! Kannst du schön in Geisterform rumfliegen und die Leute gucken wie sie noch spielen! Ist schon cool gemacht! Also das ein Feature I like! I like! Man kommt doch instant in diesen Modus! Also sobald du tot bist hast du die Möglichkeit hier überall rum zu fliegen! Wie viel leben noch? Sechs! Das heißt fünf! Ich bin auch in der neunzone! bis oben auf dem Berg einer runter kommt! Also ich höre ihn schon! Aber... Er hört mich nicht! Wo verstecken sich die ganzen Bots, hä? Ja verstecken sich, wenn er wüsste, dass direkt neben ihm einer lang läuft! Mein Schatten! Markus! Schieße auf ihn! Da oben läuft er doch! Kein Bot in Sicht! Laufen wir mal wieder zurück! Oh wenn er diese Aufnahme sieht, ne? Ne! Wir bleiben hier! Hier ist die Zone! Scheiße! Der war so nah! Dann gehen wir zum Leuchtturm jetzt rüber! Oh man! Ist der jetzt hingerannt? Oh der ist jetzt weggerannt! Egal! Da! Da läuft er doch! Markus hat ihn gesehen! Nehmt Fahrt auf! Oh der Bot dreht um! Also! Der Bot läuft wieder links hoch! Markus hat ihn gesehen! Warm! 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 Er tritt überall unten tot! So! Noch vier Bots übrig! Da läuft nicht mehr in den Looten! Ne Leute! Die Bots sind halt echt noch nicht intelligent hier! Aber das macht gar nichts! Wir reden auch immer noch von der Alpha, ne? Wir wollen ja dann später nicht gegen Bots spielen, sondern gegen echte Spieler! Und das ist richtig geil! Leuchtturm! Ich komme! Was sieht man denn da noch so viele Infos? Wenn er mal stehen bleiben würde! Ich habe ja auch einen Rang! und sein Name ab! 7 Schuss noch! Ja, 7 Schuss noch! Boah ich bin genau in der Mitte! Nice! Ich gehe mal gucken! Da ist jemand! Oh Marco muss halt den Gegner entdeckt! da was gehört falsch gehört seinbar habe ich mich verhört aber wir klettern jetzt mal da hoch was kommt da was sind das für fliegende Dinger da draußen ist mir vor noch nie aufgefallen wie es sind diese zonenteile klettermeister uhr er klettert auf den leuchtturm sehr nice jetzt ist er oben auf dem leuchtturm oh hier oben alles rumliegt ein bot ist gestorben an der zone so wir sind genau hier wir müssen uns eigentlich nur noch warten was passiert eigentlich wenn ich hier runter springe von Falschaden ja nö nö ok ihr bisschen größer wieder runter fliegt also Falschaden gibt es auch nicht können ja nur von da unten kommen rein theoretisch da hingucken wann müssen sie kommen und sie sterben alle in der zone hier nur noch einer wo ist der letzte richtig es ist nur noch einer wo treibt der sich rum und der ist außerhalb der zone verreckt echt oder oh man hey und ich wart hier ja victory 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 von deloro yeah really nice that's really nice yeah hype hype also jetzt hat klappt es soja das war die runde jetzt gehen wir mal auf leave ehre mit richtigen spielern macht es natürlich mehr Bock muss man schon sagen hatten wir das erste wochenende von der open alpha das war schon sehr geil jetzt die frage was machen wir so kannst du mich schon hören so markus jo jetzt hat also jetzt hat läuft es total flüssig wie sieht es aus was mich endlich ich 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 bin schon in der online lobby ja wo ich komme ich mute wieder jop so dann zocken wir noch eine runde jetzt kriegt er aber aufs maul oder ohne witz lass ich nicht auf mir sitzen jetzt gibt es backenfutter ich habe gedacht du bist auf der ganz anderen insel drüben abgesprungen das hat so ausgesehen ich bin so ein kreis geflogen weil ich am anfang verkackt habe dahin zu gucken wo ich hin will das war hier verwirrungstaktik dann habe ich dir die ganze zeit zugeguckt wie du dein victory geholt hast ich habe genau gehört dass du aus diesen aufzug kommst was machst du da haben haben und so also jetzt hat läuft es echt ruckelfrage komischerweise die aufnahme ja ja mega gut wir starten ja 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 abwarten das ist total cool weil ich kann dich ich kann dich genau beobachten in deinen heli und sehe genau von wann du aus deinen heli rausspringen ich habe das gleiche gemacht wenn er am tag ist das wird so lustig okay's gua geschrieben es ist kein einziger produkt ja ber984'i ich habe dich ganz ansp vendo schafft es nicht mehr los 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 man muss nicht unbedingt in den heli sein aber kommt auf jeden fall cool so wo ist mike sein heli ich glaube da drüben kann nichts erkennen ich glaube das ist sein heli ok ich spreche hier in die kleine das kleine dorf da drüben fliegt der mike kleine ameise ein geier in hier in das torf der geier wir gehen hier hin ich fühle guten not ok merken da drüben gibt es dann ziplines da können wir schön über das wasser gleiten wobei wir hier auch richtig cool schwimmen können mit richtigen schwimmbewegungen ich habe mir ein leichtes gefühl dass der marcus uns verfolgt hat ok das sind jede menge äpfel das ist sehr nice die nehmen wir uns hier ins backpack pistol nehmen wir uns auch mit alles runtergefallen sehr nice verstaut das baue ich nur noch ein visier wo ist der bot hin ich glaube ich auch nicht eingesteckt doch schaut gut aus einmal laden kein visier mann war hier mit zur sicherheit man hört halt sofort dass es die bots sind man lässt mir kein lot über schnell da drüben in das haus was denn ist der mike uns nicht überrascht oder liegt ein visier sehr nice war nur ein rotpunkt visier aber besser als gar nichts apfel brauchen wir nicht haben wir genug dann laufen wir mal zum strand runter damit können wir erstmal arbeiten schalldämpfer wäre geil es ist halt geil einfach aufheben ranhalten und er mounted ist automatisch diesmal wird er bestimmt nicht reden damit er sich nicht wieder verrate nur so habe ich ihn vorhin gefunden aber ich zeige euch jetzt mal die zipplein ist nämlich sehr cool es gibt noch keine sauen wie war das nochmal mit diesem sprinten dringend gehört abends mit dieser drüben okay er gilt hier ein nach dem anderen ein gut nach dem anderen das überwärtser gewundert mit welchem hättest du jetzt hier raus da okay dann zippen wir uns mal hier rüber ich habe ihn gehört der geier der ist irgendwo da oben ich höre dich Mike ja ja ich dich auch ich komme nicht hoch das ist ne lüge warte ich komme ja ja komm her ich komme ich komme ich höre dich schon geh weg niemals du geier wo bist du daher ich habe du geier ha 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 ich hatte voll die struggle jungen weil mein Magazin liegt hier noch irgendwo ich bin geist Ich hab dich auch weggeschossen Hallo I'm watching you Don't take my weapons Was hat er denn noch weiter Markus? Oh doch doch da Eine AK oh Junge Oh Junge Meine AK So Zaunarino sagt ich bin drin Die ist scheiße, ich bin leer Mahler, Mahler, Mahler Geil oder? Ohne Visier Mega Na schauen wir mal ob der Mike das schafft Hier gegen die schweren, extrem schweren Bots Jaja Mal gucken ob ich genauso blind bin wie du Haha Umso weiter er von meinem Körper weggeht Umso weniger kann er mich hören Mh Ja genau Noch ja richtig ganz leise Mhm Oh Da vorne schießt einer Mhm So sieht gut aus So sieht sehr gut aus Superman! Oh, die wird kleiner, ne? Ne, sie geht zusammen. Okay, alles klar. Mhm, mhm. Wo sind die Bots? Die laufen noch immer hin und her. Hin und her, ich hab' ich gesehen. Ich fühl mich irgendwie beobachtet. Du wirst auch beobachtet. Bot! Der hat meinen Loot, der Arsch. Der kann ihn so nicht sehen. Sehen allerdings. Dings. Die sind doch eh nicht auf einen. Jawoll. Ich dachte, er wird über die Brücke gelaufen. Gucken, was er dabei hat. Wie das ausschaut, wie er läuft. Alter, der hat ja gar nichts. Habe Schwein. So, ich hebe mal komplett ab hier. Sehr cool, der Spectator Mode. Tatsächlich brauche ich nochmal irgendwo Munition. Und ich geh' ja hier von dem heftigen Endfight aus, ne? Das ist nicht mehr in der Sonne. 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 Ich sehe leider nicht mehr, wie viele Leute noch am Leben sind. Oh, da ist ein Bot. Richtig schön auf Markus Kemperart. Ah, ha, ha, ha. Hallo nicht. Hallo nicht. So, ich hab' den Bot nicht mehr. Ich hab' den Bot nicht gesehen. Ich hab' den Bot nicht gesehen. Schal' dem? Ich bräuchte noch Munition. Markus hat das gesagt, ich hab' schon meinen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich hab' auch dann. Ich hab' mein Ding. Aber das ist eine 9mm-Box. Das ist aber hier 7662. Und 45er. Ich brauch' keine Plastik. Also, noch nicht. Was denn jetzt der gelbe Bot? Ja, den einfach ignoriert. Eiskolten Andere Seite Da oben ist der gelbe Bot Wir werden jetzt Oh Ich mach das nicht Mach der Äh Zum Teufel Zum Teufel macht der Der rennt wieder durch die Gegend Die Bots sind nicht so clever, Mike Was macht der? Was macht der? Ne, endlich tötet er ihn mal Und die haben nichts dabei Und die haben nichts dabei Wie er immer loot will Dabei ist er schon vollbepackt Zwei Zwei Das ist eine Lücke gefallen Schockock Haha Er lernt dazu Da unten sind zwei Bots Drei Bots Allein Leute Allein Leute sind Wir sind ja Was ist der? Einmal volltreffer Zweimal volltreffer Dreimal tot Wunderbar das hat er schön gemacht, der Mike man muss die dann erstmal mal finden über scope gar nicht so einfach so die anderen beiden waren da hinten gar nichts passiert gibt noch keinen Fallschaden haben wir vorhin beim Leuchtturm auch schon probiert so die Zone kommt näher Mike steht recht gut in der Zone das sind wahrscheinlich eh nur noch die zwei Bots die da hinten leben schaut schon alles sehr schick aus schießt schön weiter nicht schneller also Mike schleicht sich über die Berge an oh oh ich muss da lang dreimal Bot rechts kommt auch noch einer den sieht er gar nicht hätte er denn gesehen hallo hallo Ketzer jawoll gut dass sie überhaupt scheiße sind gut dass sie überhaupt scheiße sind wenn ich hier 10 Stunden zum Nachhinein habe da hat er allerdings recht die Ränder auf den Berg rum und jagen sich gegenseitig rechts oh lol da kommt er da kommt er rechts nein ok der ist tot kommt man hier hoch da kommt der Bot er hat ihn nicht gesehen hier hat sie drin und der hat es geschafft erster Wind Junge victorious yeah oh auf dem Stein Junge wie schaut das aus der eine hängt im Strommaß ja irgendwie haben die sich verhackelt da geil 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 ok wir liefen wir liefen